Auf Wiederhören, ade! Hoi und herzlich willkommen bei der Firma Pestalozzi. Ich bin Agnesa und mache Lehre als Kauffrau hier. Willst du mehr über die Lehre im KV oder bei der IT erfahren, schau jetzt weiter. Bei Pestalozzi in der Lehre schaffst du in fünf Abteilungen. Ein paar von denen stelle ich dir jetzt vor. Am Empfang bearbeitest du nicht nur Kundenwünsche, sondern auch Anliegen von allen Mitarbeitenden in der Pestalozzi-Gruppe. Im Ein- und Verkauf liegt der Schwerpunkt in der Auftragsabwicklung. Du kommunizierst mit Kunden, Lieferanten und mit unseren Mitarbeitenden. Als IT-Lernende haltest du den Betrieb am Laufen und schaust, dass Sicherheit gewährleistet ist. Wenn es technische Probleme gibt, kann man sich jederzeit an die IT wenden und auf ihre Unterstützung zählen. Im Marketing sind Tätigkeiten vielfältig. Du kannst sehr selbstständig arbeiten. Von der Mitarbeit an verschiedene Projekte und Events bis zur Erstellung von Dokumenten ist alles dabei. Also wie Pestalozzi ist es halt wirklich nicht so. Wenn du wirklich keine Frage hast, kannst du sie ungeniert stellen. Von uns zum CEO, wir duzen uns. Vor allem das Verhältnis zwischen den Mitmenschen ist extrem da. Wir machen so viel zusammen, wir machen eigentlich fast alles zusammen. Willst du auch zu unserem Team gehören? Wer wird dich jetzt bei uns? Ich hole der Prame für das. Ja.